Moin! Dragon Ball Sparking Zero ist nun mit dem Early Access seit etwa über einer Woche draußen. Ich habe die Zeit genutzt um so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, um euch eben genau diese Erfahrung in Guides vorzustellen. Und es geht los! Es war nun eine Woche sehr ruhig auf diesem Kanal. Natürlich hätte ich die Woche alle paar Stunden ein Video mit Oh mein Gott, neue Geheimtechnik oder Damit gewinnt ihr jeden Kampf rausbringen können. Das hätte dem Kanal hier sicher gut getan. Aber wie zuvor in Elden Ring möchte ich, bevor ich vorschnell irgendwelche Guides rausbringe, ein fundamentales Wissen aufbauen, damit ich kein Halbwissen in die Welt hinaus posaune. Da das Sparking Zero Kampfsystem sehr detailreich ist, werde ich eine Videoreihe anfertigen. Da ein Video sonst mehrere Stunden gehen würde, das würde sich einfach nicht klicken und euch damit gar nicht erst erreichen. Meine ersten Guides werden erst einmal alle Zuschauer auf den gleichen Stand bringen. Ich behandle in den Videos mächtige Metamechaniken, also Themen, die im hohen kompetitiven Bereich gängig sind, jedoch ebenso die Grundlagen, da auf diesen alles weitere aufbaut. Solltet ihr einige Mechaniken bereits kennen, schaut sie euch trotzdem noch einmal an, damit ihr auch wirklich zu 100% damit vertraut seid. Ich werde euch nicht mit, auf Viereck greift ihr an, langweilen, die grundlegende Steuerung setze ich voraus. Bei komplizierteren Sachen werde ich aber nochmal genau darauf eingehen, welche Tasten dafür gedrückt werden müssen. Dies ist das erste Video der Guidereihe und umfasst erst einmal wichtige Grundsätze. Ein paar Tipps, die den Grundstein legen, zukünftige Guides nutzen zu können, um euer Gameplay maßgeblich zu verbessern. Hier schauen wir uns primär die Einstellungen, Steuerung und die Strategie im Kampf an. Die weiteren großen Guide-Videos werden folgende Themen behandeln. Movement, also wie ihr euch im Spiel korrekt fortbewegt, sodass ihr effektiv an den Gegner kommt, ohne euer ganzes Key zu verschleudern. Aber auch, wie ihr es dem Gegner so schwer wie möglich macht, euch zu treffen. Die Defensive, hier zeige ich euch, wie ihr euch vor eurem Gegner schützt, wie ihr verhindert von eurem Gegner maßlos überrannt zu werden. Offensive, bei der Offensive geht es darum, den Gegner zu catchen, also ihn auf dem falschen Fuß zu erwischen, damit ihr die Gelegenheit bekommt, viel Schaden auszuteilen. Kombos, die Kombos sind deutlich komplexer als einfach nur Viereckhämmern. Und eben deswegen verdient dieses Thema ein eigenes Video, um euch zu zeigen, wie ihr euren Schaden maximiert und auch an den Mann bringt. Die Charakterauswahl, mit all dem Wissen aus dem Movement, der Defensive, Offensive und dem Combo-Guide, können wir uns dann an die Charakterwahl setzen. Hier schauen wir uns an, welche Faktoren bei der Charakterauswahl wichtig sind. Gewisse Kombostränge, Fähigkeiten, passive Eigenschaften, Superattacken und vieles mehr. Metathemen. Hierbei berichte ich euch erst einmal, wie im hohen kompetitiven Bereich gespielt wird, was die Gängen, Strategien sind und vor allem das Wichtigste, wie man eben diese kontert. Diese Aufstellung ist erst einmal mein grober Plan. Hierbei kann sich durch Metashifts, also Änderungen durch Patches oder Entdeckungen neuer Spielweisen einiges ändern. Daher schaut am besten in die Playlist, diese verlinke ich euch oben rechts und unten im angepinnten Kommentar. Die Grundsätze, noch bevor ihr spielt. Als allererstes Vorwort, ich bin ein großer Verfechter des PS5-Controllers, da das Nutzen eines Xbox-Controllers einen massiven Nachteil hat. Daher werden alle Guides auf Basis des PS5-Controllers stattfinden. Zum Nachteil, man bewegt sich grundsätzlich mit dem linken Stick. Auf den Pfeiltasten wechselt man Charaktere oder transformiert sich. Aber auch nutzt man dort Fähigkeiten. Und da bei dem Xbox-Controller der Stick oben ist, kann man nicht wie beim Playstation-Controller mit dem linken Zeigefinger die Symbol-Tasten drücken, sondern muss eben mit dem Daumen runter zum Steuerkreuz, was euch eure Mobilität komplett kostet. Die Steuerung, das Controller-Layout. In Sparking Zero gibt es zwei Steuerungstypen. Einmal die Classic-Steuerung. Diese orientiert sich an den alten Tenkaichi-Spielen. Die neue Steuerung, also Standard, ist extra für Sparking Zero optimiert. Und ich empfehle jedem Spieler, egal ob alter Tenkaichi-Veteran oder absoluter Anfänger, die Standard-Steuerung auszuwählen. Denn ihr habt massive Nachteile bei der Classic-Steuerung. Stick-Spin bei den Clashes, Verzögerung bei der Wahrnehmung-Mechanik, Verzögerung beim Teleportieren, während ihr angreift. Dazu habe ich im Detail bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch noch einmal oben rechts. Die Vorteile der Standard-Steuerung sind massiv. Allein schon, weil das Charakterwechseln deutlich flüssiger ist und es massive Bugs in der Classic-Steuerung gibt, die euch zwischendrin die Steuerung komplett verbaggen, so dass ihr eure Super-Angriffe nicht mehr einsetzen könnt. Also, Standard-Steuerung. Kampfassistent. Der Battle-Assist erleichtert gewisse Aktionen im Kampf. Jedoch vereinfacht er diese so stark, dass ihr nicht mehr frei euren Charakter steuern könnt, so dass der Charakter zum Beispiel automatisch alle aufgeladenen Schläge blockt, was dazu führt, dass ihr konstant gebrochen werdet und letzten Endes wehrlos vor eurem Gegner steht. Daher, mein Rat an euch, schaltet den Kampfassistenten unter Barrierefreiheit komplett aus. Dieser Ratschlag bezieht sich natürlich auf die Norm. Solltet ihr körperliche Beeinträchtigungen haben, kann es durchaus Sinn machen, einzelne Assists einzuschalten und zu lernen, diese Nachteile mit anderen Spielweisen zu kompensieren. Tutorial. Sparking Zero hat ein sehr gutes Tutorial. Kampftraining wird es hier genannt. Dabei unterteilt es sich in Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten-Themen. Auch Zusatzpunkte, die noch tiefer hineingehen. Auch wenn ihr meine Guides schauen werdet, in denen mit Sicherheit Mechaniken vorkommen, die es auch in dem Tutorial gibt, lohnt es sich schon einmal vorab, aufmerksam das Tutorial durchzuspielen. Und damit meine ich, nicht nur schnell einmal die angezeigte Tasteneingabe abschließen, sondern verstehen, wie die Mechanik funktioniert und testen, wie man diese in verschiedenen Situationen einsetzen kann. Falls ihr da manche Sachen nicht versteht oder irgendwie nicht schafft, weil ihr die Tasteneingabe nicht hinbekommt, schaut mal hier oben rechts in dem Stream, habe ich das Tutorial komplett durchgespielt mit Timestamps. Da könnt ihr euch mal das anschauen, wie ich mich da beim ersten Mal Tutorial schlage. Dazu kommt eben, dass ihr diese Mechanik auch noch verinnerlichen müsst, dass sie in euer Muscle Memory reinkommt. Ich weiß, es war bisher viel Theorie. In vielen Guides zeigt man euch einfach nur, welche Tasten ihr drücken müsst, um irgendwie schnell und einfach Schaden zu verursachen. Gute Spieler wissen jedoch, wie man diesen Schaden abwendet, daher ist es wichtig, die Theorie hinter dem Game zu verstehen, statt einfach nur einstudierte Kombos auszuführen. Damit wir jetzt aber nicht nur Theorie haben, zeige ich euch noch ein paar praktische Tipps. Super Angriffe treffen. Benutzt Strahlenattacken nur, wenn ihr wisst, dass sie auch treffen. Zum Beispiel, nachdem die Gegner mit dem Rücken zu euch in einer Kombo wegwirbeln. Es gibt einen massiven Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Viereck aufgeladenen Angriff den Gegner wegschlagt, so fliegt er in einem geraden Winkel weg. Nach manchen Kombos wirbelt der Gegner allerdings wild umher und braucht daher länger, um sich abzufangen. Und genau in diesem Moment, wenn ihr euch den Rücken zudreht und immer noch in der Wegwirbel-Animation ist, könnt ihr eure Strahlenangriffe super gut treffen. Haut sie nicht einfach so random trocken raus. Die werden meistens einfach geblockt. Sprint-Super-Angriffe immer versuchen, in den Rücken des Gegners zu treffen, sodass er sie nicht einfach blocken kann. Auch hier ist dieses zuerst den Gegner wegwirbeln eine sehr gute Technik, um die Super-Angriffe zuverlässiger zu treffen. Wie Piccolo sagen würde, Wo ist deine Deckung? Deckung oben halten. Angriffe von vorne sollten zum Großteil immer geblockt werden. Damit fangt ihr schon einmal sehr viel Schaden ab. Immer dran denken, Deckung oben halten. Achtet aber darauf, dass ihr aktiv Angriffe blockt und nicht einfach auf Verdacht immer blockt oder kreisspammt, um diese Wahrnehmung zu triggern. Denn damit seid ihr immobil und seid anfällig für Griffe oder dass der Gegner um euch herum springt und euch in den Rücken fällt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass euer Gegner die ganze Zeit kreisspammt, diese Wahrnehmung zu triggern, könnt ihr ganz einfach die Viereck-Taste ein ganz klein bisschen aufladen. Dadurch triggert es zwar den Konter, aber er verbraucht jedes Mal einen Skill-Count dafür. Das macht ihr ein, zwei Mal und dann hat er keinen Skill-Count mehr und dann kann er es nicht mehr kontern. Oder ihr macht auch einfach einen Griff, das geht durch den Konter und durch den Block durch. Key Management. Euer Key ist das Wichtigste. Es ist aktuell so, dass nachdem ihr den Gegner weggeschlagen habt, Dreieck für einen Teleportangriff drücken könnt. Dieser ist sehr einfach mit der Blocken-Taste auszuweichen. Das sogenannte Z-Vanishen. Oder auch im Tutorial Z-Konter genannt. Ihr verbraucht dabei etwas Key und kontert den Angriff nach einem Teleport bzw. Vanish. Der Gegner kann diesem Z-Vanish erneut mit einem Z-Vanish kontern. So entstehen diese langen Z-Vanish-Battles, bei denen der erste verliert, der entweder nicht das richtige Timing hat oder bei dem das Key ausgeht. Dabei generiert man viel Skill-Count, was einem einen großen Vorteil bringen kann. Aber auch dem Gegner. Da müsst ihr abwägen, wem Skill-Count momentan mehr bringt. Wenn ihr immer weniger Key als euer Gegner habt, weil ihr es sinnlos verschleudert, irgendwelche Key-Bälle raushaut, super Attacken, einfach trocken durch die Weltgeschichte feuert, kann der Gegner die ganze Zeit diese Teleportationsangriffe machen und ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Ja, ich weiß kaum, wie ich dieses Thema anfangen soll. Wenn das jemand sagt, klingt es oft sehr, sehr toxisch, aber versteht mich da nicht falsch. Ich möchte, dass hier eine gewisse Frustresistenz entwickelt. Ich komme persönlich aus der Soulspawn-Reihe, also Dark Souls, Elden Ring, sowas. Und wenn man da keine Frustresistenz hat, wird man sehr, sehr viele Controller in diesem Spiel verlieren. Und ja, daher ist meine Frustresistenz mittlerweile auf einem Maß, wo ich mir denke, ich habe das Bedürfnis, meinen Controller durch meinen Monitor zu drücken, aber ich tue es nicht. Das Spiel hat ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Manche Charaktere sind besser als andere. Wenn ihr nun aber eine andere Spielweise nutzt, die die Schwächen des Gegners ausnutzt, so seid ihr wiederum im Vorteil. Manche Spielweisen kontern wiederum andere. Daher verzweifelt nicht, wenn ihr gegen gewisse Spieler immer wieder verliert. Messt euch mit euch selbst. Denn eure aktuelle Stärke ist das einzige, was unabhängig von solchen Faktoren vergleichbar ist. Genauso wenig macht es Sinn, euch mit Leuten zu vergleichen, die den Vorgänger schon extrem lange gespielt haben und daher einfach ein tieferes Verständnis haben. Er geht ja auch nicht in eine Kampfschule und erwartet den Lehrer mit jahrelanger oder gar jahrzehntelanger Erfahrung im Probetraining einfach umzuhauen. Nun fragt ihr euch bestimmt, wie soll man diese Spieler besiegen, wenn sie schon einen so krassen Vorteil haben. Ganz einfach. Work smart, not hard. Zu deutsch. Arbeite klug und nicht hart. Wenn ihr in dem Spiel besser werden wollt, trainiert klug. Statt einfach nur Stunde für Stunde im Trainingsmodus zu sitzen und gegen Bots zu kämpfen, ohne überhaupt zu wissen, wie euer Charakter oder das Spiel im Detail funktioniert. Ihr werdet besser, je mehr ihr über dieses Spiel wisst. Es gibt so viele Details im Kampfsystem und Spezialitäten der Charaktere, die anders ausgespielt werden können. Dieses Potential erreicht ihr nur, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Nur besser Knöpfe drücken als der Gegner wird im Anfängerbereich helfen. Sobald ihr jedoch gegen einen Gegner kämpft, der die Mechaniken des Spiels versteht, werdet ihr keine Chance haben. Das ist der Skill Gap. Es fühlt sich etwas so an wie Goku Super Saiyan 3 gegen Beerus. Und nachdem man die Mechaniken verstanden hat, ist man dann eher auf dem Stand Goku Super Saiyan God gegen Beerus. Man erkennt Stück für Stück immer mehr, wie man zu den vorher unantastbaren Gegnern aufschließt. Meine Erfahrung in Xenoverse 2 und Budokai Tenkaichi 3. Ich spreche da aus Erfahrung. In Xenoverse 2 und Budokai Tenkaichi 3 dachte ich so, jo, Bots sind kein Problem mehr, hab das Spiel gemeistert, bin krass stark. Schwer ist das Spiel nicht. Ich hatte auch einige Freunde, die skilltechnisch so auf meinem Stand mit mir waren. Dann gerate ich im PvP an einen Spieler, der eben diese Mechaniken kannte. Komplette Verzweiflung in diesem Kampf. Immer wenn ich an diesen einen Kampf zurückdenke, sehe ich diesen Goku Super Saiyan Blue, der mich einfach komplett geperfektet hat. Also er hat mich erledigt, ohne auch nur einen Kratzer zu kriegen. Drei Sekunden nach Kampfbeginn habe ich bereits erkannt, dass ich keine Chance gegen diesen Spieler habe. Danach habe ich über viele Wochen hinweg mich über Metamechaniken informiert und verstanden, wie das Spiel im Detail funktioniert. Und genau an diesem Punkt trennt sich Spreu von Weizen, wie man sagt. Spieler, die nicht bereit waren, sich ebenso mit den Mechaniken auseinanderzusetzen, hatten keine Chance mehr. Die, die jedoch bereit waren, sich zu informieren, Eigeninitiative zu zeigen und sich im Detail damit zu beschäftigen, die konnten mit den Infos, die ich gesammelt habe, ihr Gameplay auf ein ganz neues Level heben. Und genau das möchte ich euch in Sparking Zero ermöglichen. Das ist der Grund, warum ich die große Guide-Serie vorbereite, um euch wichtige Mechaniken zu erklären. Es ist wichtig, dass euch bewusst ist, dass sich die Tipps nicht einfach auf Drück-diese-Tasten-Kombinationen beschränken, sondern auch diverse Mindset-Dinge, technische Details und mechanische Funktionen. Wenn ihr diese nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, kommt auf den Discord, da seid ihr hautnah mit dabei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, mit welchen Dingen ihr in Sparking Zero die größten Probleme habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Hier habe ich noch ein Video, das euch gefallen könnte. Und damit bis zum nächsten Stream oder Video. Ciao. Ciao.